Kapos Ehre von Hans Nährt Regie Ulf Becker Augenblick noch. Ja, bitte. Protokolle und persönliche Erklärung. Zimmer 39, sagte man mir. Kommt drauf an, warum geht's denn? Na, um die Leiche von gestern Abend. So, so. Die Leiche also. Ja, an der B72, meine ich. Absweigung Weltersheim. Unfallsachen bearbeitet die Verkehrsstaffel. Linker Gang bis ans äußerste Ende. Nein, den Mord meine ich doch. Die Tote lag ja nicht auf der Straße, sondern an der Böschung. Schon halb im Graben. Wie rausgekippt, abgeladen von irgendwem. Mit dem Messer in der Brust. Oder ein bisschen tiefer. Es ist scheußlich. Ich konnte kaum hinsehen. Und trotzdem wurde mir übel. Alles blutig. Selbst das aufgebrochene Köfferchen. Die Schminktuben. Damenschuhe. Das unterzeugt die Bluse. Oder war's ein Kleid? Jedenfalls ein gelb-lila Fummel. Über und über beschmiert. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie uns den Fund einer Toten melden? Ja, soll das ein Witz sein? Melden loswerden will ich's endlich. Wie ich an die Stelle kam und was ich gesehen habe, was ich weiß, deshalb bin ich doch bestellt. Erster Stock, Zimmer 39. Ja, nur mal schön der Reihe nach und ganz langsam. Sie sagten gestern Abend. Wann etwa? Es kann sieben gewesen sein. Vielleicht auch schon ein Drittel nach. Bis gebongt. Zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr an der B-72. Abzweigung Weltersheim. In der Kurve. Da sah ich das bunte Zeug im Gras. Als ich einbruch, lag es genau im Scheinwerferlicht. Und ich dachte, jemand hätte was verloren. Blur. Sie bremsten Ihren Wagen also ab, stiegen aus, entdeckten eine verstümmelte Frauenleiche. Ach, nicht verstümmelt. Hab ich denn was von verstümmelt gesagt? Sie lag so komisch. Der eine Arm war verdreht, wie ausgekugelt. Aber im Gesicht hatte sie kaum eine Schramme. Alles tade los. Lippen, Lidschatten, Rouge. Was weiß ich. Nur eben die Augen. Weit aufgewissen. Sonst hätte ich sie vielleicht gar nicht wiedererkannt. Ergo war Ihnen die Person nicht ganz fremd. Aber vollkommen fremd, Herr Inspektor. Kriminal Obermeister. Aber lassen Sie das einfach weg. Ich heiße Mollmann. Weder wusste ich, wie sie hieß, noch woher sie kam. Ich hatte sie nur bedient gestern Nachmittag. Bedient? Ja, in der Fensternische bei der Terrassentür. Da saß sie mit ihrem Körferchen. Aufgedonnert wäre eine Edelnutte, dachte ich noch. Sie bestellte Glühwein, ausgerechnet Glühwein in dieser Jahreszeit. Und dazu ein Sandwich-Croque-Monsieur. Ich bin nämlich Kellner. Gelernte Ober. Naja, seit Mai im Santiago am Theaterplatz. Gebongt. Und drei, vier Stunden später, einer Straßenböschung nach Weltersheim, dann das Wiedersehen mit der Unbekannten mit dem Köfferchen. Sie irren sich auch bestimmt nicht. Sehen Sie, genau dasselbe hat mich schon der Kommissar gefragt. Ist ja toll. Ein Kommissar war auch prompt zur Stelle. Welcher überhaupt? Na, dieser kleine Drahtige mit dem Bärtchen. Er kam unmittelbar nach mir mit Blaulicht und Sirene. Sagte was von einem anonymen Anruf. Halder. Ja, Kommissar Halder stand auf seiner Marke. Ich ließ mir natürlich gleich die Dienstmarke zeigen. Logo, Logo. Und weiter? Ich war ganz erledigt. Hab kein vernünftiges Wort rausgekriegt. Und er meinte, ich sollte doch lieber heute zum Protokoll kommen. Logo. Oder vielmehr Fastlogo. Eine rundumrunde Geschichte, wie man sie liebt. Bedauerlicherweise mit ein paar Ecken und Scharten. Das Halder. Unser Halder längst nicht mehr Kommissar ist, sondern Oberkommissar. Und bereit zum Sprung auf den Sessel des Leiters von Dezernat Römisch 2. Ja, praktisch also nicht mehr im Einsatz. Ferner wirkt Martin Halder alles andere als klein oder drahtig. Mit seinen, naja, 1,79 bei 85 Kilo. Würde ihn eher als gut ausgestattet charakterisieren. Und drittens. Der Kollege Halder hat sich für den Rest der Woche Urlaub genommen. Wegen irgendeiner Verwandtschaftssache, der Kindsdorf oder Kommion eines Neffen oben in Dortmund. Jedenfalls ziemlich weit weg vom Weltersheimer abzweigt. Tja. Und viertens, schließlich... Also sagen Sie bloß, es gibt überhaupt keine Leiche. Jedenfalls ist uns von einem Tötungsdelikt im Außenbereich nichts bekannt. Und manche Dinge sollen sich ja sogar bei der Kripo rumsprechen. Dann, ähm, umso besser für alle. Glauben Sie wirklich für alle? Ja, ich meine doch nur, wenn es so eine Art Fata Morgana war, die ich gesehen habe, eine Seifenblase losgeschickt von einem, der mich reinlegen wollte. Naja, dann entfällt doch alles. Protokoll, Papierkram und die ganze Fragerei. Diese Entscheidung überlassen Sie besser uns, Herr. Wie heißen Sie überhaupt? Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Ich verstehe nicht. Wenn Sie jetzt nachträglich aus einer Seifenblase einen ganzen Aktenvorgang machen, diese absolut alberne Geschichte auswalzen zu einer Staatsaktion, hat die Polizei wirklich nichts Besseres zu tun, als Gespenster nachzujagen. Herr Klote, also derzeit Kellner im Café Santiago. Ja. Wie war das gestern? Wann hatten Sie Feierabend? Offiziell geht die Tagesschicht bis sechs. Aber mit der Übergabe an die Kollegen und bis man abgerechnet hat, wird es kaum vor halb sieben. Sagen wir, Sie traten die Fahrt um 18.30 Uhr an, erreichten über den Römerplatz und Frankfurt Allee, dann die B72, den Weltersheimer Abzweig, eine halbe bis eine Dreiviertelstunde später. Merkwürdig, finden Sie nicht auch? Wieso? Was soll da merkwürdig sein? Na, Sie wohnen doch gar nicht im Weltersheim. Aber gestern war doch Donnerstag. Unser Weltersheimer Abend von der Liedertafel 1868. Ich bin zweiter Tenor. Wer hat dich, du schöner Mann, aufgebaut, so hoch da droben? Oh, den Meister will ich loben, solange doch mein Stimm erschaut. Oh, den Meister will ich loben. Geboren, geboren, 11.8.46, Vater unbekannt, ledig. Ohne Vorstrafen und nach eigener Aussage noch niemals in psychiatrischer Behandlung gewesen. Als er sechs Jahre alt war, heiratete seine Mutter einen Schlossermeister, in dessen Haushalt Klote als unehelich geborener jedoch keine Aufnahme fand. Er kam in ein Heim, suchte Geborgenheit bei verschiedenen Jugendorganisationen und Bünden, begann später eine Gastronomie-Lehre und betrachtet es als einen Lebenstraum, ein eigenes Lokal mit betont deutscher Küche für ein gutbürgerliches Publikum. Nein, 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 Mollmann, das bringt uns alles nicht weiter. Nicht dieser Klote ist gemeint. Ich stehe im Visier. Ich. Alles andere ist doch bauerntert, als das Schmieren. Und wenn ich das Blatt einfach zerreiße, Chef? Mollmann, seit wann machen wir uns denn was vor? Na, jedenfalls habe ich ja noch nichts weitergeleitet. Und dieser Klote war offenbar ganz froh, als er wieder verschwinden konnte. Freiwillig plappert er bestimmt nicht. Klote vielleicht nicht, aber... Aber Kapu. Kapu? Tja. Irgendwie riecht diese Geschichte nach Kapu. Blondine mit Stöckelschuhen, roter Streckjacke, ein Messer in der Brust. So was kommt nicht alle Tage vor, das behält man. Müsste ich ihn kennen, diesen Kapu? Na, nein, das war vor Ihrer Zeit, Mollmann. Als Kapu seine sechs Jahre aufgebrummt bekam, wäre er fast über die Brüstung gesprungen. Die beiden Wachtmeister und selbst ein Anwalt hatten Mühe, ihn zu bändigen. Er schrie durch den Gerichtssaal, er würde es mir heimzahlen, dass ich ihn unschuldig dahin gebracht hätte. Und ach, natürlich, die sind doch immer unschuldig. Immer sind sie unschuldig, wenn die Rechnung aufgemacht wird. Aber Kapu, ich will dich überhaupt nicht beruhigen. Der brüllte noch, er schwor Rache, als man ihn rausschaffte. Und wenn er nur einen einzigen Wunsch im Leben frei hätte, würde er ihn darauf verwenden, mich fertig zu machen. Klingt wie ein Ganovenkürtel. Kapurinkovitschianos. Ein kleiner Jugoslave, aber mit großer Ehre. Klein, drahtig, Bärtchen auf der Oberlüppe. Immer geschwiegelt, immer flott in Geschäften. Fast echte russische Ikonen und garantiert falsche Perser-Teppiche im Angebot. Gebrauchtwagen, Schrottkisten, aller Marken und Jahrgänge. Verstehe, Chef. Nichts verstehen Sie, Mollmann. Aber lassen Sie mich jetzt allein. Ich muss nachdenken. Loho, Chef. Ich hänge mich dann an die Schaufenster-Einbrüche in der Baden-Weiler-Straße. Ja, 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 ja. Ich bin's, dein Polyp. Martin! Du klingst so komisch. Tja. Er ist raus, Petra. Kapo ist wieder da. Drei Päntchen, einmal Tee-Citrone, zweimal Limo, ein Campari-Soda, drei Schocken später. Und ein kleines Bier, bitte. Habe ich Sie übersehen? Ja, wo sitzen Sie denn? Wo Sie bedienen, Herr Klote? Hier. Ich bin Halder, der richtige Kommissar. Und wenn schon, Sie sehen doch, es geht jetzt nicht. Nicht hier. Habe ich Sie erschreckt? Wieso eigentlich? Dazu noch ein kleines, helles... Für Sie auch was. Kaffee oder ein Schnips in der Klote. Ich finde, es plaudert sich besser. Hören Sie, ich habe alles gesagt und unterschrieben. Ich bin da raus aus der Geschichte, Herr Oberkommissar. Na tun. Der andere, falsche Halter, diktiert uns das Ende. Ihnen wie mir. Dann tun Sie doch was. Bringen Sie ihn zur Strecke, schnappen Sie ihn, wie es Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist. Nur zu gern. Werden Sie mir dabei helfen? Dann geht's, macht's halt ein bisschen Platz. Conny, der Kunter pressiert schon. Verlassen! Hey, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Zum Beispiel, indem Sie sich genau erinnern, woher kam der falsche Kommissar? Na, auch aus Richtung Stadt. Aus der Kurve hinter der Kiefern schon. Allein? Der andere blieb im Wagen sitzen, den habe ich kaum gesehen. Nur gehört, wie er die ganze Zeit mit der Einsatzzentrale telefonierte. Aha. So, dass für Sie also kein Grund bestand, an der Echtheit des Arrangements zu zweifeln? Gott, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Ich war, ich konnte kaum noch richtig denken. Da lag eine Tote am Straßenkrant und ich stand zufällig dabei. Ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich überhaupt angehalten hätte. Versuchte denn dieser Pseudobeamte Sie mit dem Vorfall in Beziehung zu bringen? Zuerst war er nur schweigsam, ging um die Leiche rum, betrachtete sie von allen Seiten, ohne etwas zu berühren. Kam er Ihnen dabei nicht irgendwie bekannt? Bekannt? Ja. Jedenfalls nicht die ganze Person. Wie soll ich das ausdrücken? Nicht jemand, dem man schon mal begegnet ist, mit allen Eigenarten, die einer hat, allen Bewegungen. Ja, dann vielleicht wie von einem Bild. Ein Mensch, den man von einer Fotografie her kennt, aus der Zeitung. Ja, so ungefähr. Weiß man schon, wie es war? Kapu. Kapu. Ja. Er scheint auf Blondinen zu stehen, so eine Art Krimhild-Komplex. Nur, dass er sein strammes Vollweib beim ersten Mal wirklich umbrachte. Aus Eifersucht wahrscheinlich. Drei Wochen vor Ihrer Hochzeit mit diesem Kapu fand man Sie mit seinem Messerchen in der Post links, zwischen zweiter und dritter Rippe und mitten in Ihrer schönen roten Streckjacke. Ist was, oder? Herr Kommissar, ich muss endlich weitermachen. Die Gäste warten auf Ihre Bestellung. Oh, schade. Dabei hätte ich Ihnen so gerne die ganze Geschichte von Kapu und seiner abgründigen Leidenschaft zu dieser Anjuska erzählt. Wie er in seiner Verzweiflung noch, als man ihn abführte, nach Anjuska schrie, die natürlich gar nicht so hieß, sondern einfach und ziemlich bieder, Annegret Schneider. Menschen von Tarauf ist die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Menschen von Tarauf hat wieder ihr Herz. Auf mich gerichtet in Rieb und in Schmerz. Ja, halt da. Ah, alles okay heute? Petra, wo steckst du? Bist du noch in der Praxis? Mittwoch doch nie. Ah, richtig, ja, ja. Zahnarzt müsste man sein. Hättest das werden können. Bedauere, kein Talent für Menschenquälerei. Immer noch besser als Menschenjägerei. Du, ich wollte dir nur sagen, ich habe mich eben ein bisschen hingelegt und dabei hatte ich einen blöden Traum. Mit mir und diesem Kapu etwa? Hat er mich auch erdolcht? Oder erwürgt diesmal? Oder in Amselfelder ertrinkt? Martin, Martin, sieh dich bitte vorher. Aber ja, ich miete mir eine Leibgarde, bestelle Hausüberwachung. Ach, weißt du, Petra, nach 20 Jahren in diesem Job hat man eine Antenne dafür, wo es gefährlich wird. Und die Spioskapu ist anders. Es liegt nicht auf seiner Linie mit Killern und so. Hast du nicht selber gesagt, wenn er erst mal durchdreht, es ihm alles zuzutrauen? Ja, der dreht nicht durch. Jedenfalls nicht im Augenblick. Dieses Duplikat nachgestellter Mord mit Mietleiche am Straßenrand, das ist doch eiskalter und konstruiert. Aber Martin... Ja, 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 natürlich. Mir wäre es auch lieber, wenn er nach seiner Entlassung nicht gleich abgetaucht wäre. Wenn ich irgendwie an ihn rankehne. Auf ein paar Worte wenigstens. Wie war das damals mit der anderen Toten? Sag mal, hast du bestimmt keinen Fehler gemacht? Ich meine, er war Ausländer. Da sind bei jedem von uns noch ein paar Vorurteile übrig geblieben. Aversion, ob man will oder nicht. Petra, du kennst mich doch. Damals jedenfalls. Kannte ich dich noch nicht. Also, Kapu war mit dieser Anjushka verlobt und wollte sie unter allen Umständen heiraten. Na eben, deshalb bringt man für gewöhnlich niemanden um. Ja, aber Kapu war heifersüchtig wie Otello. Alle Zeugen haben es bestätigt. Otello erwirkte Desdemona, so viel ich weiß. Ja, hat sie nicht erstochen. Ja. Jedenfalls benahm er sich wie ein angestochener Stier. Sie durfte kaum allein zum Friseur. Irgendeiner von Kapus' Leuten folgte auf Schritt und tritt selbst zum Fleischer oder in Discountlagen. Und offenbar waren Anjushka ein paar Zweifler in ihrem künftigen Glück gekommen. Ach, wollte sie sich denn von ihm trennen? Na, niemand wusste, was wirklich vorgefallen war. Und Kapus' Landsleute hatten bei der Zeugenvernehmung sowieso nur versiegelte Lippen. Aber in der Zeit, kurz vor ihrer Ermordung, gab es ein Intermezzo mit irgendwen. Keiner konnte ihn richtig beschreiben, wie das so immer ist. Ein Nachbar schilderte ihn als mittelgroß und sportlich. Der Portier des Hauses wollte einen stattlichen, eher herrenhaften Typ gesehen haben. Naja. Also klar war nur, dass Anjushka heimlich Besuch empfing, wenn Kapu von seinen vielfältigen Geschäften in Anspruch genommen wurde. Selten genug, zweiter, dreimal vermutlich. Aber vielleicht hat es ihm doch jemand gesteckt. Vielleicht ist Kapu auch selber draufgekommen, durch Leichtsinn, irgendein Gegenstand, ein vergessenes Feuerzeug oder so, weil Anjushka ja nicht rauchte. Er muss ihr eine Szene gemacht haben, öbler und heftiger als früher. Er schlug sie, ehe er sie umbrachte. Die Leiche wies am ganzen Oberkörper und selbst noch im Nacken und am Hals und zwei deutige Merkmale auf. Na, und die nachgestellte Leiche am Straßenrand, hatte die auch blaue Feckel? Kluges Mädchen. Du, ich habe einfach vergessen, den Kellner danach zu fragen. Hey, hey, Paul Lüff. Bist du noch da? Hm, ja, ja. Du, aber ich glaube, mein Teewasser brennt jetzt dann. Grauenhafte Vorstellung. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Hm? Dass ich dich immer noch liebe. Stell dir vor, nach anderthalb Jahren, vielmehr, 17 Monaten, 3 Wochen. Aber zählst du etwa mit? Na klar. Diesmal bist du wieder dran. Wir treffen uns bei mir in Heidelberg, ja? Freitag um 3 an der Altenstelle. Du, ähm, gleich daneben hat inzwischen ein indonesisches Restaurant aufgemacht. Peter, eigentlich hätte ich jetzt schon Appetit auf Freitag um 3. Klappe? Nicht gesehen. Klappe im Gefängnis. 6 Jahre Gefängnis, ja? Er wurde auf Bewährung entlassen. Wo kann ich ihn treffen? Weiß nicht. Kapo nicht hier gewesen. War großer Autohändler. Autokünstler. Konnte machen aus rostigen Autos, Blanke. Und aus harmlosen Privatwagen falsche Polizeiautos für Einsatzfahrten und an falsche Tatortologo. Rettung, Rettung, Rettung. Ich weiß nichts von falsche Tatorte. Ich weiß nichts von Kapo. Basta. Da sagen Sie mir aber trotzdem, ich muss ihn sprechen. Ich bin Halder. Er kennt meinen Namen und er kann mich jederzeit anrufen. Auch abends, wenn er hier essen kommt. Vielleicht weggereist? Letztes Jahr ist Vater von Kapo gestorben. Er hat nur nicht sehen können, das Grab. Bis Sarah hier wohnt zurück, wird es wohl nicht ewig daran. Er soll sich nur nicht einfallen lassen, noch eine Leichenattrappe zu produzieren. Es gibt Leute, die finden das gar nicht so komisch. Gehen wir. Glauben Sie, dass er darauf anspringt, Chef? Kaum. Trotzdem müssen wir alles versuchen. Ja, Logo. Aber vielleicht denkt er jetzt, die haben Manschetten gekriegt. Mag er denken, was er will. Wenn er nur nicht noch Nähe anstellt und sich in wer weiß was reinrätet. Irre Führung der Ermittlungsbehörden, Amtsanmaßung, falsche Polizeimarken, vorgetäuschter Polizeieinsatz mit Martinson und Blaulicht. Tja, und das alles in einer knappen halben Abendstunde. Bei so einem Tempo ist er viel schneller wieder im Knast, als er sich träumen lässt. Mitgleitschef, oder? Was, oder? Na ja, nur spucken Sie es aus, Molmann, nicht so zimperlich. Oder liegt Ihnen vor allem daran, den alten Fall Anjuska nicht wieder aufrühren zu lassen? Ich meine, war wirklich alles ganz cool. Ach, Molmann, jetzt kommen Sie auch noch damit. Als ob ich es war, der den Kapu verurteilt hat und nicht das Spurgericht. Blättern Sie doch mal in den alten Akten, alle Umstände sprachen gegen Kapu. Die Indizien hätten viel mehr als eine Verurteilung ausgereicht. Er war eifersüchtig. Vielmehr besitzgierig in einer Weise, wie es nur kleine, unscheinbare Männer fertigbringen, die sich ein üppiges Prachtweib an Land gezogen haben. So ein richtiges Vorzeigestück, wie dieser Anjuska, alias Annegret Schneider. Und kurz vor dem gemeinsamen Gang zum Standesamt hatte sie ihrem Kapu gesteckt, dass sie die Lust auf eine Ehe mit einem wild gewordenen Zwerg vergangen war. Sie hatte mehrere Zeugen dafür, dass er gedroht hatte, sie lieber umzubringen, als sie gehen zu lassen. Und, Molmann, es gab niemand außer Kapu, der einen Schlüssel zu Anjuskas Apartment hatte, der dort ein- und ausging, wie es ihm passte. Freunde der Anjuska verwandten. Freunde. Können Sie sich vorstellen, dass er ihr auch nur eine Gelegenheitsfreundin gestattet hätte? Der Kapu, seiner Anjuska, seinem Maskottchen oder Haustier, seiner Edelsklawin, die ja nicht mal eine Familie haben durfte? Ach ja, doch, da gab es wohl jemand. Ein Halbbruder oder Cousin. Ein ziemlich eigensinniger Typ, offenbar introvertiert, wenn nicht verkorkst, ganz schön Absatz. Er soll ein Mitglied irgendeines Vereins zur Wahrung deutscher Sitten und Tradition gewesen sein, dem sie nach allem, was bekannt wurde, niemals mitzuteilen gewagt hatte, dass er ein Ausländer heiraten wollte. Hatte er denn gar keinen Kontakt zu ihr? Vermutlich nicht. Es war für den Fall auch ohne Bedeutung. Dieser Halbbruder, der lebte weit oben im Norden, ich glaube in Rollstein oder so, der kam noch nicht mal zur Beerdigung, eine Beerdigung, die dem Kapo wieder mal Gelegenheit bot, groß aufzutreten. Los, Chef, war doch vorauszusehen. Nur nicht für den Untersuchungsrichter. Er war der Meinung, dass Kapo als ehemaliger Verlobter, der Ermordeten, das Recht habe, bei der Bestattung dabei zu sein, auch wenn sein Messer in der Brust der Toten gesteckt hat. Also Grappern nach den Handschellen finde ich stark. Tja, aber man hätte sich den Aufwand sparen können. Kapo dachte gar nicht an Durchbrennen. Nur an Rache? Weil ihm sein Lieblingsspielzeug genommen worden war. Wer weiß, vielleicht eine andere Art von Trauerschiff. Trauer Balkanesisch. Am liebsten wäre allen an die Gurgel gegangen. Den Pfarrer, den Sargträger und mir natürlich. Ich hatte bei den Ermittlungen immer neue Ungereimtheiten aufgedeckt. Er stolperte von einem Widerspruch in den anderen. Kapos Alibi für die Teilzeit wurde madig wie Fallobst. Als ich ihm nachweisen konnte, dass er gar nicht beim Pferderennen gewesen war, wie er steif behauptete, bei einem Telegram-Boot hatte ich nämlich im Fahrstuhl des Apartmenthauses seine Anjuska getroffen. Ergo, erstes Gebot für den erfolgreichen Fahnder Schweinhaben im schwierigen Lagen. Tja, lassen Sie mal, mein Mann. Ich hatte es bitter nötig damals. Mein Selbstbewusstsein war tief im Keller, auch wenn ich es nicht zugegeben hätte. Aber die Sache mit meiner Frau steckte mir ganz schon in den Knochen. Wie sie sich von ihrem zweiten, wer weiß, vielleicht schon vom dritten Liebhaber, jedenfalls einem gelackten mexikanischen Ölbubi durch die Strandbars von Acapulco schleppen ließ. Tja, ich hatte viel Zeit für Kapos Sache. Na, und wir jetzt, Schiff? Gehen wir noch rüber zu Andy auf ein kleines Helles? Nee. 11.30 Uhr, Krisenpalaver beim Alten. Ein andermal wieder. Ich bin befremdet, Kollege Halder. Ich bin gespannt, welche Taktik Ihnen vorschwebt, welche Schritte Sie eingeleitet haben. Keine Schritte, Herr Kriminalrat. Solange der Fall, also dieser angebliche Fall, nicht an die Öffentlichkeit getragen wird, sehe ich nicht die geringste Veranlassung, auch in... Aber er ist getragen worden. Lesen Sie gelegentlich Zeitung? Ich meine, nicht die dampfenden Sensationen für schlichte Gemüter auf Seite 1. Viel schmerzlicher wird's oft erst hinten. Zum Beispiel bringt das Abendblatt in seiner heutigen Ausgabe eine böse, kleine Lokalglosse unter dem Titel Schattenboxen oder die Leiche, die es nicht gab. Tja, das können die. Unterstellungen durch Ihre Rotationsmaschinen drehen, Spekulationen ohne konkreten Anhaltspunkt, sobald uns nur was am Zeug geführt werden kann. Hier schreibt ein gewisser RS, muss es nicht nachdenklich stimmen, dass bei kleinen Sünden des Bürgers Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, Entgleisungen von Minderheiten bei Demonstrationen unserer Polizei prompt zur Stelle ist. In diesem Fall jedoch, hinter dem sich möglicherweise ja ein Kapitalverbrechen verbirgt, noch nicht einmal eine Ortsbesichtigung vorgenommen wurde. Gewiss, die Leiche oder Leichenattrappe bleibt verschwunden, doch kann jedermann an der Stelle des angeblichen Hergangs, dem Abzweig Weltersheim, noch heute das stark niedergetretene Gras, einige verstreute Papierreste, Papiertaschentücher und entwertete Fahrscheine unserer Verkehrsbetriebe, aber auch Spuren eines rotbraunen Farbstoffes erkennen, bei dem es sich um Blut handeln mag oder nicht. Weiter steht hier, wohl inzwischen eine kriminalmedizinische Untersuchung vorgenommen und zu welchem Ergebnis führte sie... Oh Gott, das ist doch einfach absurd! Aus Ihrem Blickwinkel, Kollege Halder, die gibt es so in gewisser Weise natürlich auch aus meiner Sicht, aber in den Augen der Öffentlichkeit. Wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mann von der Straße verkürzte Perspektiven liebt und den Vorgängen, die an sich lächerlich sind, Affären zu erkennen glaubt, die vertuscht werden sollen. Lächerlich hätten wir uns doch erst gemacht, wenn wir diesem Witzbold auf den Laien gekrochen wären, wenn wir jeden Grashalm da draußen umgedreht, jeden Schnitzel eingesammelt hätten. Vergessen Sie nicht die eigene Psychologik der öffentlichen Meinung. Irgendeine scheinbare Unterlassung, ein vermeintliches Versäune ist publizistisch akzentuiert, dann noch ein paar Mal rezitiert und schließlich breit ausdiskutiert, führt beim Publikum in aller Regel zu Pauschalurteilen wie Spitze eines Eisbergs oder, na ja, Sumpf von Korruption und wer weiß, wer dahinter steckt. Also demnach wäre es unsere Pflicht, die Rolle des Trottels der Nation zu spielen. Jeder der hier Gelaufene dürfte eine schöne, blutrünstige Geschichte erfinden und die Polizei hätte nichts Dringenderes zu tun, als dieser... Nicht die Polizei! Sie sind hier gemeint, Kollege Halder. Ach ja. Es schreibt weiter. Der Vorfall gehört in den Dienstbereich von Kriminaloberkommissar Martin Halder, der als Nachfolger von Hauptkommissar Friedrichs für die Leitung des Dezernats Römisch 2 Gewaltverbrechen genannt wird. Halder, früher durch seine rigorose Ermittlungsführung, etwa bei Beschaffung von Beweismitteln für den Indizienprozess gegen den jugoslawischen Autohändler Kapo als Mörder seiner Verlobten Annegret Schneider hervorgetreten, geht die Ereignisse am Weltersheimer Abzweck erstaunlich lax an. Letzten Donnerstag zur eventuellen Tatzeit war er beurlaubt und zwar unter dem Vorwand der Teilnahme an einer Familienfeier in Dortmund. Ja. Wurde am selben Abend jedoch in Damenbegleitung in einer Aufführung der Tosca im hiesigen Theater gesehen. Er soll am Folgetag dann in Begleitung jener Person einer Heidelberger Zahnärztin in seinem Privatwagen bei Colmar die Grenze nach Frankreich passiert haben. So weiter. Halder, wurde wirklich prima hingebüttelt. Ich glaube ich habe diesen Kapo viel zu lange unterschätzt. Weiter wird ihn dazu nicht sein? Und solch ein Überwachungssystem kann unser einer nur träumen. Er muss ja Dutzende Zuträger haben. Die halbe jugoslawische Kolonie Augen und Ohren in jeder Stadt an allen Straßen wecken. Dann entspricht diese Darstellung den Tatsachen? Ja doch, ja, 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 bis aufs i-Töpfelchen. Und sicher könnte Kapo seinen Schreiberling noch einen genauen Stundenplan nachliefern, falls gewünscht. Aber hören Sie, Herr Kriminalrat, ich hatte drei Tage Urlaub. Es war ein regulär beantragter Urlaub, der mir zusteht und den ich verbringen kann, wie und wo es mir passt. Eben, das ist die Frage, der wir einmal nachgehen sollten, Herr Hölder. In welchem Umfang das Privatleben eines Beamten in exponierter Stellung, immer gespiegelt in den Augen einer argwöhnischen Öffentlichkeit, der Bemessung nach heutigen liberalen Kriterien unterliegt oder vielmehr jenen schärferen Maßstäben standzuhalten hat, wie sie etwa unserer Dienstordnung zugrunde ließen. Ach Gott, in welcher Zeit leben wir denn? Was bin ich anderes als Millionen andere mit ihren Schwächen, Gefühlen, Bedürfnissen? Verlangen sie Musterknaden, Mönche oder Spießer im Amt? Verhandlungsroboter vielleicht, unerschrocken, unbegrenzt, belastbar, überdurchschnittlich intelligent, einsatzfreundlich selbstredend, Besoldungsgruppe A9 und Rentenanspruch, wie jeder städtische Gärtner oder jeder Akten hengst? Ja, ja, natürlich. Den Kopf riskieren, das darf unser einer für jeden wild gewordenen Trotteln, jedes hysterische selber erwischt hat, nicht mit der Winterzucken. Herr Kriminalrat, wenn die eigene Frau abspringt, das Privatleben auf der Müllkippe landet, immer dicht am Feind bleiben und fleißig kompensieren, was es da sonst noch gibt, mit Einsatzplanung und Personenüberwachung, mit Fahndungsmeldungen und Tatermittlungen? Muss ganz schön was wegstecken, der Halder. Kann einem leid tun. Hat eine Pechsträhne erwischt, die überhaupt kein Ende nimmt. Möchtest du noch ein Tuschbrot? Na, Lobo, heute wird sowieso wieder ein langer Tag. Marmelade und das Ei lass bitte auch noch hier. Aber du rufst doch an, wenn du zum Abendessen nicht kommst, ne? Sagen wir lieber gleich, ich komm nicht. Dann kannst du beruhigt zu deinem astrologischen Kränzchen gehen. Astronomisch, Moller. Und das ist kein Kränzchen, sondern ein ganz normaler Arbeitskreis von der Volkshochschule zur Beobachtung des Halleischen Kometens. Und ich, Mami? Kann ich mitkommen zum Sternegucken? Du hast es mir versprochen. Ach du, anders mal, Mucki. Wenn das große Fernrohr erst aufgebaut ist und wenn du mehr erkennen kannst, dann zeige ich dir auch den dicke Vollmond und den blanke Abend. Und die Engel? Aber natürlich. Mit alle, alle Engel. Mit Michael, Gabriel, mit dem freundlichen Raphael und mit dem sommersprossigen Uriel. Aber vergiss es nicht wieder, Mami. Nächsten Montag bestimmt. Großes Ehrenwort? Du, ganz, ganz bestimmt, Mucki. Am gleichen Tag, wenn das neue Fernrohr aufgebaut ist. Komm, jetzt übe nur ein bisschen weiter. Das macht doch Spaß. Und du kannst ein Lied wirklich von Tag zu Tag besser. Gell, Molo? Weißt du, Usch, manchmal denke ich, an allem ist nur seine Frau schuld. Na, erst als die durchbrannte, hat Halde angefangen zu ackern wie ein Irrer. Wollte sich betäuben. Andere fallen ins Schnapsglas, er hatte seine Arbeit. Hatte auch einigen Erfolg, Logo. Und Logo winkt ihm nach Jahren der Schinderei ein warmes Plätzchen im siebenten Beamtenhimmel. Da kommt nun dieser Kapo aus dem Knast und erinnert ihn nicht nur an die letzte Zeit mit seiner Frau. Er stellt ihm auch noch ein Bein. Aber geh, Molo. So was gibt's doch nicht. Dass irgendein unterherglaufender Polizeikarriere verlichten kann. Nicht irgendwer, aber eben Kapo. Der Zauberkünstler Kapo mit einer Leiche im Ärmel. Ja, und außerdem mit erstaunlich gutem Draht zur Lokalpresse. Unter den gegebenen Umständen konnte der Alte gar nicht anders handeln. Wie denn? Der hat doch der Halter nicht etwa fallen lassen. Beurlaubt. Ei. War dabei noch so anständig, ihm Zeit zu geben, seine Sachen zu regeln. Naja, und darüber nachzudenken, ob er gegen sich selber ein Disziplinarverfahren beantragen will. Aber also alles weg, 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 weg. Wegere Klatschmeldung über die Zahnärztin vom Halter. Aber also macht euch doch nicht lächerlich, das gibt's doch nicht. Usch, Falschangabe auf dem Urlaubsantrag. Verwandtenbesuch als Taufpater eines Neffen in Dortmund, obwohl Halter in Dortmund weder einen Neffen noch andere Angehörige hat. Dafür macht er sich mit seiner Freundin ein langes Wochenende hier. Sie sind nach Straßburg rübergefahren, bisschen Bodensee, in der Schweiz. Ja, aber das hätte er doch bloß angeben brauchen. Usch, extra Urlaub außer der Reihe, auch wenn's nur drei Tage sind bei unserer Personalkrise. Du, wie hat denn der Kapo eigentlich von der kleinen Lüge vom Halter überhaupt erfahren? Irgendwann ich die Urlaubsgesuche am Schwarzen Brett? Ah, genau das ist der Punkt. Irgendjemand muss die Zeitbombe geliefert haben. Mensch, wenn ich mich nur erinnern könnte, ob ich diesem Klote anfangs, als er mit seiner wilden Story von der Welt das Heimer Leiche und dem falschen Kommissar Halder bei mir aufkreuzte, ob ich ihm gegenüber erwähnte, dass Halder ja in Dortmund war. Du, aber hör mal, dann müsste ja die undichte Stille beim Kellner Klote liegen. Ich mach schon auch. Ich weiß, es ist meine Freundin Katrin, die bringt mir meinen Mahlruf wieder. Logo, Uschse, Logo sogar. Fragt sich nur, ob Kapo den Klote mit seiner Mordsgeschichte nicht bloß als Köder zu uns geschickt hat. Aber ich glaube es nicht. Der Mann war echt aus dem Gleis gekippt. Naja, wir wissen nur nicht, wie es dann nachgelaufen ist. Hat Kapo sich an ihn rangemacht, ihn ausgequetscht? Hat Kapo diesen Klote denn irgendwie in der Hand? Tja. Es war gar nicht meine Katrin. Es war nur ein Mann, der hat einen Brief für dich gebracht. Ein Mann? Wie hat denn der ausgeserter Mann? Och, so wie ein Mann eben aussieht. Kapo. Ist ja ein Ding. Bilder? Und was für Bilder. Hier. Unsere Pseudoleiche. Im Gras am Weltershammer Abzweig. Das ist wie schrecklich. Genau dieselbe Haltung. Fast genau dasselbe Gesicht. Genauso blond. Die aufgerissenen Augen. Das Messer an derselben Stelle. In genauso einer Strickjacke wie bei der anderen. Und diese andere muss Anjushka sein. Damals in ihrem Appartement auf dem karierten Teppich. Nach sowas lecken sich die Pressefritzen natürlich alle Finger. Und wenn Kapo die Fotos an die Zeitung geschickt hat dann Mahlzeit. Dreimal Paletti ein mittlerer Ring. Sauber hingekriegt, Chef. Na ja, schon gut, Mollmann. Wollte es nur noch mal wissen, ehe ich mich von dem alten Schießeisen trenne. Ach, so war es doch nicht gemeint. Aber ich habe es so gemeint, Mollmann. Man braucht eine Art von Trost. Nach 20, 22 Jahren braucht einen sauberen Abschluss. Ein Abschluss ist niemals das Ende. Habe ich bei Ihnen gelernt, als ich die Protokollakte der Sparkassenüberfälle ins Archiv bringen sollte. Sie sagten, das Leben geht immer weiter, ob es uns Spaß macht oder nicht. Und gerade wenn es keinen besonderen Spaß macht, geht es um so hurtige Reitern. Haben Sie eigentlich an den Annoncenteil vom Sonntagskurri gedacht, Mollmann? Liegt auf Ihrem Schreibtisch, Chef. Dankeschön. Ich weiß bloß nicht, was das soll. Haben Sie vor, sich als Warnhausdetektiv zu verdingen oder wollen Sie eine Würstchenbude pachten? Oh, Würstchenbude wäre gar nicht schlecht. Dann ist man endgültig raus aus allem Schlamassel. Und Kapo und Co. dürfen sich ins Fäustchen lachen. Dürfen Sie, Mollmann. Ab morgen mögen Sie meinetwegen Brüllen vor Gelächtern. Aber doch nur ein kleines Weichen, Chef. Sie wissen selbst, dass ein Disziplinarverfahren wegen solcher Lappalie niemals durchgeht. Na und? Wenn ich wiederkomme? Wieder als Zielscheibe für Kapo, der einer staunenden Öffentlichkeit meine mangelhafte berufliche Eignung vielleicht damit demonstriert, dass er als frischesten Kuh irgendeinen Zugehburschen aus seiner Sippschaft Stein und Bein schwören lässt, mich mit der Weltersheimer Straßenleiche schon vor Wochen an den trauten Täter Tät gesehen zu haben und ich deshalb eine Morduntersuchung unter allen Umständen verhindern will. Verrückt, Chef. Sie steigern sich da in was rein. Das wird doch kein vernünftiger Mensch glauben. Ja und? Kapos blufft mit den beiden Fotos. Ja, das ist... Ja, ist wirklich eine eigenartige Sache. Ich habe vorhin nämlich bei den beiden Zeitungen angerufen. Sie haben was getan, Mollmann? Na ja, nur nebenbei unter Vorwand. Und das Erstaunlichste. Die wissen überhaupt noch nichts von Leichenfotos. Bei denen ist nichts angekommen. Kapo hat sie offenbar nur uns gesteckt. Aber wozu? Gute Frage. Bestimmt nicht aus Übermut und Langeweile. Ergo wollte uns der Kapo auf etwas ganz Bestimmtes hinstoßen. Vielleicht erwartet er, dass wir mit den Fotos etwas machen. Dass sie für irgendetwas benutzen. Sonst geht's aber mit Ihnen ganz schön durch, Mollmann. Ich kam und kam nicht drauf, Chef. Es war wie bei einem Vexierbild, das man dreht und auf den Kopf stellt, ohne den grinsenden Bösling im Geäst des Linnenbaumes zu erkennen. Und woran liegt das meistens? Man geht mit falschen Erwartungen an das Ratespiel. Die Voraussetzungen stimmen einfach nicht. Und welche sind Ihrer Meinung nach die Voraussetzungen? Chef, Sie haben selber mal gesagt, Kapo will sie fertig machen. Er hat ihm damals im Gerichtssaal zugeschrieben. Und wir sind davon ausgegangen, wenn er nun inzwischen anderer Meinung ist und es gar nicht mehr auf Ihre Person abgesehen hat, sondern auf den Mörder, den wahren Mörder seiner Anjushka und sie dabei nur als Werkzeug benutzt. Und die praktische Nutzanwendung aus Ihrer Gedankenkür? Zuerst fiel mir absolut nichts ein. Ich brauchte eine Spritze, einen Irish Coffee mit einem doppelten Schuss Whisky zum Beispiel. Und wie der Zufall es wollte, fand ich gerade einen Parkplatz gegenüber dem Café Santiago. Bei Klote? Diesmal hatte er das Revier links von der Getränkeausgabe mit der kleinen Polsternische unter dem Gummiborn. Wollte zuerst gar nicht ran, der Klote. Noch als ich ihm die beiden Fotos unter die Nase rieb, kam absolut nichts. Hat nur gezittert oder vielmehr geschlottert auf eine merkwürdige Art. Das lief ihm den Rücken rauf bis zu den Schultern und sein Kopf hat dabei gewackelt wie die überreife Tomate. Mollmann, Mensch, Mollmann. Ich glaube, Sie sind ein Genie. Logoschef. Na los, worauf warten Sie noch? Aber Klote ist nicht mehr in seinem Café. Der hatte Frühdienst. Sie singen jetzt zur Einweihung der neuen Sporthalle. Brüder zu den festlichen Gesang hat uns neue Freundschaft hier vereint. Brüder zu den festlichen Gesang hat uns neue Freundschaft hier vereint. Wo die Freunde klingeln, wo die Freunde klingeln, wie in Höhe Aber, meine Herren, fürchten Sie denn nicht, sich bis auf die Knochen zu blamieren? Oh, kein bisschen, Herr Klote. Nun ja, ich war erschrocken, war entsetzt über die Scheußlichkeit der beiden Bilder. Nein, Herr Klote, Sie erkannten die Leiche von damals wieder. Weil es Ihre Schwester war, Herr Klote, Halbschwester genau genommen. Und Sie, Ihr Mörder. Also, das ist ja nicht zu fassen. Also, das müssen Sie mir erst mal beweisen, meine Herren. Oh, ich denke doch, Sie werden es einfach gestehen, Herr Klote. Wohl übergeschnappt, was? Sie waren vor dreieinhalb Jahren Kellner in Kiel. Und deshalb ist keiner auf Sie gekommen. Getränke Ober im Ostsee-Pavillon vom Mitte April bis Ende September. Und Ihre Mutter, die damals noch lebte, schrieb Ihnen von Annegriffs Absicht, einen Jugoslawen Kapo zu heiraten. Und das, das soll ein Grund sein. Für Sie schon, Herr Klote. Der allertriftigste sogar. Selber waren Sie ja so eine Art Ausrutscher. Ein Fehltritt Ihrer Mutter gleich in der ersten Nachkriegszeit. Als jeder sich durchschlug, so gut er konnte und für zwei Päckchen Chester fiel, so ziemlich alles lehnt. Können Sie sich noch erinnern, Herr Klote? Otto, Heinrich, Wilhelm, Klote? In welchem Alter etwa begann Sie Ihren unbekannten Vater zu Hause? Und alle unbekannten Väter gleich mit, die Sie aus dem Staub gemacht hatten. Alle Fremden, die durchreißen und alle Fremden, die blieben. Wann trachten Sie in die Barbarossa-Jugend ein? Wann in den nordischen Heimatbund? Wann fingen Sie an zu singen, Herr Klote? Na los doch, meine Herren. Strengen Sie sich an. Finden Sie es heraus. Oh, das werden wir, Herr Klote. Das werden wir. Genau wie die Nachtzugverbindungen von Kiel hierher, die Sie damals benutzten. Zwei- oder dreimal benutzten, um Ihrer schönen, blonden Schwester Ihren jugoslawischen Bräutigam auszureden. Eine umständliche Prozedur, aber wichtig. Lebenswichtig für Sie gewissermaßen. Denn Ihre Schwester Annegret spielte in ihren eigenen Zukunftsvorstellungen eine zentrale Rolle. So als Sie erfahren hatten, dass Annegret von Ihrem Vater den rechtschaffenen Handwerkermeister Alfred Schneider, den Ihre Mutter Anfang der 50er Jahre heiratete, ein properes Vermögen geerbt hatte. Ein Vermögen, das Ihnen jedoch fehlte, um sich Ihren Lebenstraum erfüllen zu können, Herr Klote. Sich selbstständig zu machen, ein eigenes Lokal zu eröffnen mit treu deutscher Speisekarte, versteht Sie? Ja, alles hätte bestens laufen können, wenn das blonde Naivchen nicht wie verhext an Ihrem knoblauchstinkenden Kapo gehangen hätte. Ach so. Faszinierend, meine Herren. Ein richtiges Schauerstück, das Sie da entwerfen. Mir läuft's eiskalt runter. Sicher können Sie mir auch sagen, weshalb es dann doch nicht geklappt hat, weshalb mich Annegret's Tod nicht reich gemacht hat, ich heute noch keinen eigenen Laden mit eigener Kundschaft habe. Ganz einfach, Klote, Sie kam zu spät. Annegret hatte sich Ihre Erbschaft von Kapo längst abschwatzen lassen, denn Kapo brauchte immer eine Menge Geld für seine Wetten und seine windigen Geschäfte. Annegret war ihm ausgeliefert. Es gab für Sie keine Alternative mehr zu Kapo. Sie brauchte ihn fürs Leben und er brauchte Sie. Wollte sein fesches Prachtweib haben mit Haut und Haar, wollte Sie heiraten. Nein, erstochen hat er Sie, der Mistkerl, weil sie ihm nichts mehr einbrachte. Er war's gewesen. Sie wissen doch genau, es war sein Messer, ein Federmesser, wie es jeder jugoslawische Hirte, jeder Fischer in der Tasche hat mit Kapus Initialen, J.C. Wieso Initialen? Was wissen Sie von Initialen, Klote? Na, im Prozess kam es doch raus, ich hab's gelesen. Keine Zeitung erwähnte die Initialen auf dem Messer. Aber ich hab's doch gesehen, mit eigenen Augen gesehen, ein langes, steifes J und ein verschnörkeltes C, wie man es da unten liebt. Ich weiß doch, was für einen Geschmack die haben. Ich hab's dem Graveur genau vorgezeichnet. Klote, da machen Sie kein Blödsinn, Mann. Klote, wo wollen Sie denn hin? Kommen Sie zurück, Klote! Klote! Na? Na. Hör mal, du altes Murmeltier. Weil du eigentlich wie spät es ist? Ich denke, du wirst es mir gleich sagen. Darf ich deiner perversen Faulheit entnehmen, dass der Fall abgeschlossen ist? Er hat also gestanden. Durchgedreht ist er. Weggelaufen. Ach. Das heißt, er wollte weg. Weil plötzlich der Kapo auftauchte. Entschuldige, Moment. Moment. Zwischen Empore und dem Notausgang der neuen Turnhalle stand Kapo wie aus dem Boden gewachsen. Eine kleine, geschniegelte Jugoslave. Mit der roten Strickjacke von seiner Anjuska. Wie ein Rost hier. Wie ein kostbares Geschenk, das er dem Klote darbringen wollte. Die Flecken und das Loch vom Messer nach außen gekehrt. Widerlich, eure Polizeimethoden. Moment, Moment. Diesmal war es Kapos Arraschmur. Kapos Rache, vielleicht. Ja, so eine pathetische Geste. Was weiß unser einer schon von dem. Jedenfalls starrte Klote zu ihm rüber, als hätte er ein Gespenst gesehen. Verschluckte sich mitten im Satz, machte kehrt und sprang die eisernen Notleiter hoch. Er wollte rauf aufs Dach oder gleich in den Himmel oder hatte überhaupt keinen vernünftigen Gedanken mehr. Oh, mein Gott. Und keiner, der ihn zurückhielt? Zu viele. Zu viele, die es versucht haben. Er geriet in Panik und fiel direkt auf die Betonbahn der neuen Arena. kamen zwei Meter neben einen Abfallhaufmarsch aus Styroporverpackungen, den die Bauarbeiter da zusammengekehrt hatten. Gehörte das auch zu Kapos Arrangement? Ja, bestimmt nicht. Kapo machte ja keinen Schritt weiter. Er stand dicht vor der Empore, zufrieden, ließ sich die Strickjacke abnehmen, fotografieren von allen Seiten, brauchte eine lange Zigarette aus einer langen silbernen Spitze und gab bereitwillig Auskunft. So, wie ein Champion. Feiner Champion. Meister manipulieren der öffentlichen Meinung mit falschen Leichen, falschen Polizeimarkt... Du, überleg doch mal, Petra. Wer hat denn eine Dienstmarke bei Kapo gesehen? Wer die Leiche? Na, Klote. Tja. Und Klote ist tot. Das soll die Lösung sein? Keine Anzeige? Keine Revanche dafür, dass er dir das Leben sauer gemacht hat? Wenn Kapo im Gegenzug seine dreieinhalb Jahre Knast vergisst, würde ich sagen, Schwamm drüber und Happy End. Ein Happy End mit beträchtlichen Schönheitsfehler. Vermutlich kann man vom Leben nicht viel mehr erwarten. Petra, bleibst du denn mit uns bei Freitag? Freitag um drei. Wie immer an der alten Stelle. Pro Lüb. Ach, Petra, bitte, äh... Lieber doch etwas später. Klotes Beerdigung ist um halb eins und Kapo kommt hin, will mich zum Slibowitz einladen. Ah, was für eine Ehre. Tja. Und die braucht eben ihre Ölung. So eine frisch ausgebeulte, fleckenlose Ehre. Er wollte sich betäuben. Andere fallen ins Schnapsglas. Er hatte seine Arbeit. Hatte auch einigen Erfolg, Logo. Und Logo winkt ihm nach Jahren der Schinderei ein warmes Plätzchen im siebenten Beamtenhimmel. Da kommt nun dieser Kapo aus dem Knast und erinnert ihn nicht nur an die letzte Zeit mit seiner Frau. Er stellt ihm auch noch ein Bein. Ach, okay, Mollo. So was gibt's doch nicht. Dass irgendein Unterherglauf nur eine Polizeikarriere verlichten kann. Nicht irgendwer, aber eben Kapo. Der Zauberkünstler Kapo mit einer Leiche im Ärmel. Naja, und außerdem mit erstaunlich gutem Draht zur Lokalpresse. Unter den gegebenen Umständen konnte der Alte gar nicht anders handeln. Wie denn? Der hat doch der Heider nicht etwa fallen lassen. Beurlaubt. Ei. War dabei noch so anständig, ihm Zeit zu geben, seine Sachen zu regeln. Naja, und darüber nachzudenken, ob er gegen sich selber ein Disziplinarverfahren beantragen will. Aber also alles weg, 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 weg. Weg eine Klatschmeldung über die Zahnärztin vom Halder. Aber also macht euch doch nicht lächerlich. Das gibt's doch nicht. Usch, Falschangabe auf dem Urlaubsantrag. Verwandtenbesuch als Taufpater eines Neffen in Dortmund, obwohl Halder in Dortmund weder einen Neffen noch andere Angehörige hat. Dafür macht er sich mit seiner Freundin ein langes Wochenende hier. Sie sind nach Straßburg rübergefahren, ein bisschen Bodensee, Schweiz. Ja, aber das hätte er doch bloß Angehörige brauchen. Usch, extra Urlaub außer der Reihe, auch wenn's nur drei Tage sind, bei unserer Personalkrise. Du, wie hat denn der Kapo eigentlich von der kleinen Lüge vom Halder überhaupt erfahren? Irgendwann ich die Urlaubsgesuche am schwarzen Brett? Ah, genau das ist der Punkt. Irgendjemand muss die Zeitbombe geliefert haben. Und wenn ich mich nur erinnern könnte, ob ich diesem Klote anfangs, als er mit seiner wilden Story von der Weltersheimer Leiche und dem falschen Kommissar Halder bei mir aufkreuzte, ob ich ihm gegenüber erwähnte, dass Halder ja in Dortmund war. Du, aber... Hör mal, du musst ja die undichte Stille beim Kellner Klote liegen. Ich mach schon auch. Ich weiß, es ist meine Freundin Katrin, die bringt mir mein Mahlbuch wieder. Logo, Usch, sehr Logo sogar. Fragt sich nur, ob Kapo den Klote mit seiner Mordsgeschichte nicht bloß als Köder zu uns geschickt hat. Aber ich glaube es nicht. Der Mann war echt aus dem Gleis gekippt. Naja, wir wissen nur nicht, wie es dann nachgelaufen ist. Hat Kapo sich an ihn herangemacht, ihn ausgequetscht? Hat Kapo diesen Klote denn irgendwie in der Hand? Tja. Es war gar nicht meine Katrin. Es war nur ein Mann, der hat einen Riech für dich gebracht. Ein Mann? Wie hat denn der ausgeserter Mann? Och, so wie dieser Mann eben aussieht. Kapo. Zwischen zweiter und dritter Rippe und mitten in ihrer schönen roten Strecke, Herr Kerr. Ist was, Lothar? Herr Kommissar, ich muss endlich weitermachen. Die Gäste warten auf ihre Bestellung. Oh, schade. Dabei hätte ich Ihnen so gerne die ganze Geschichte von Kapo und seiner abgründigen Leidenschaft zu dieser Anjuska erzählt. Wie er in seiner Verzweiflung noch, als man ihn abführte, nach Anjuska schrie, die natürlich gar nicht so hieß, sondern einfach und singe mich wieder Annegret Schneider. Menschen von Tarao ist, die mir gefällt, sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Menschen von Tarao hat wieder ihr Herz, auf mich gerichtet, in Liebe und in Schmerz. Ja, halt da. Alles okay heute? Petra, wo steckst du? Bist du noch in der Praxis? Mittwoch doch nie. Ah, richtig, ja, ja. Zahnarzt müsste man sein. Hättest das werden können. Bedauere, kein Talent für Menschenquälerei. Immer noch besser als Menschenjägerei. Du, ich wollte dir nur sagen, ich habe mich eben ein bisschen hingelegt und dabei hatte ich einen blöden Traum. Mit mir und diesem Kapo etwa? Hat er mich auch erdolcht? Oder erwürgt diesmal? Oder in Amselfelder ertrinkt? Martin, Martin, sieh dich bitte vorher. Aber ja, ich miete mir eine Leibgarde, bestelle Hausüberwachung. Ach, weißt du, Petra, nach 20 Jahren in diesem Job hat man eine Antenne dafür, wo es gefährlich wird. Und die Spioskapo ist anders. Es liegt nicht auf seiner Linie mit Killern und so. Hast du nicht selber gesagt, wenn er erst mal durchdreht, ist ihm alles zuzutrauen? Ja, der dreht es nicht durch. Jedenfalls nicht im Augenblick. Dieses Duplikat nachgestellter Mord mit Mietleiche am Straßenrand, das ist doch eiskalt und konstruiert. Aber Martin... Ja, 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 natürlich. Mir wäre es auch lieber, wenn er nach seiner Entlassung nicht gleich abgetaucht wäre. Wenn ich irgendwie an ihn rankehne, auf ein paar Worte wenigstens. Wie war das damals mit der anderen Toten? Sag mal, hast du bestimmt keinen Fehler gemacht? Ich meine, er war Ausländer. Da sind bei jedem von uns noch ein paar Vorurteile übrig geblieben. Aversion, ob man will oder nicht. Petra, du kennst mich doch. Damals jedenfalls. Kannte ich dich noch nicht. Also, Kapu war mit dieser Anjushka verlobt und wollte sie unter allen Umständen heiraten. Na eben, das... ...setzt über die Scheußlichkeit der beiden Bilder. Nein, Herr Klote. Sie erkannten die Leiche von damals wieder. Weil es ihre Schwester war, Herr Klote. Halbschwester genau genommen. Und sie, ihr Mörder. Ja, also, das ist ja nicht zu fassen. Also, das müssen Sie mir erst mal beweisen, meine Herren. Oh, ich denke doch, Sie werden es einfach gestehen, Herr Klote. Wohl übergeschnappt, was? Sie waren vor dreieinhalb Jahren Kellner in Kiel. Deshalb ist keiner auf Sie gekommen. Getränke, ober im Ostsee-Pavillon vom Mitte April bis Ende September. Und Ihre Mutter, die damals noch lebte, schrieb Ihnen von Annegriffs Absicht, einen Jugoslawen Kapu zu heiraten. Und das, das soll ein Grund sein? Für Sie schon, Herr Klote. Der Allertrüftigste sogar. Selber waren Sie ja so eine Art Ausrutscher. Ein Fehltritt Ihrer Mutter, gleich in der ersten Nachkriegszeit. Als jeder sich durchschlug, so gut er konnte, und für zwei Päckchen Chester fiel, so ziemlich alles legt. Können Sie sich noch erinnern, Herr Klote? Otto Heinrich Wilhelm Klote? In welchem Alter etwa begann Sie, Ihren unbekannten Vater zu Hause? Und alle unbekannten Väter gleich mit, die Sie aus dem Staub gemacht hatten. Alle Fremden, die durchreißen, und alle Fremden, die blieben. Wann trachten Sie in die Barbarossa-Jugend ein? Wann in den nordischen Heimatbund? Wann fingen Sie an zu singen, Herr Klote? Na los doch, meine Herren, strengen Sie sich an, finden Sie es heraus. Oh, das werden wir, Herr Klote, das werden wir, genau wie die Nachtzugverbindungen von Kiel hierher, die Sie damals benutzten. Zwei- oder dreimal benutzten, um Ihrer schönen, blonden Schwester Ihren jugoslawischen Bräutigam auszureden. Eine umständliche Prozedur, aber wichtig, lebenswichtig für Sie gewissermaßen. Denn Ihre Schwester Annegret spielte in Ihren eigenen Zukunftsvorstellungen eine zentrale Rolle. So als Sie erfahren hatten, dass Annegret von Ihrem Vater den rechtschaffenen Handwerkermeister Alfred Schneider, den Ihre Mutter Anfang der 50er Jahre heiratete, ein properes Vermögen geerbt hatte. Ein Vermögen, das Ihnen jedoch fehlte, um sich Ihren Lebenstraum erfüllen zu können, Herr Klote. Sich selbstständig zu machen, ein eigenes Lokal zu eröffnen mit treu deutscher Speisekarte, versteht Sie? Bitte, aber alles hätte bestens laufen können. Wenn das blonde Naivchen nicht wie verhext an Ihrem knoblauchstinkenden Kapu gehangen hätte. Ach so. Faszinierend, meine Herren. Ein richtiges Schauerstück, das Sie da entwerfen. Mir läuft's eiskalt runter. Sicher können Sie mir auch sagen, weshalb es dann doch nicht geklappt hat, weshalb mich Annegret's Tod nicht reich gemacht hat, ich heute noch keinen eigenen Laden mit eigener Kundschaft habe. Ganz einfach, Klote, Sie kam zu spät. Annegret hatte sich ihre Erbschaft von Kapu längst abschwatzen lassen. Denn Kapu brauchte immer eine Menge Geld für seine Wetten und seine windigen Geschäfte. Annegret war ihm ausgeliefert. Es gab für sie keine Alternative mehr zu Kapu. Sie brauchte ihn fürs Leben und er brauchte sie. Wollte sein fesches Prachtweib haben mit Haut und Haar, wollte sie heiraten. Nein, erstochen hat er sie, der Mistkerl, weil sie ihm nichts mehr einbrachte. Er war's gewesen. Sie wissen doch genau, es war sein Messer, ein Federmesser, wie es jeder jugoslawische Hirte, jeder Fischer in der Tasche hat, mit Kapus Initialen. Jotzi! Wieso Initialen? Martin, Sie dich bitte vorher. Aber ja, ich miete mir eine Leibgarde, bestelle Hausüberwachung. Ach, weißt du, Petra, nach 20 Jahren in diesem Job hat man eine Antenne dafür, wo es gefährlich wird. Und ich spüre, Kapu ist anders. Es liegt nicht auf seiner Linie mit Killern und so. Hast du nicht selber gesagt, wenn er erst mal durchdreht, ist ihm alles zuzutrauen? Ja, der dreht nicht durch, jedenfalls nicht im Augenblick. Dieses Duplikat nachgestellter Mord mit Mietleiche am Straßenrand, das ist doch eiskalt und konstruiert. Aber Martin... Ja, 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 natürlich. Mir wäre es auch lieber, wenn er nach seiner Entlassung nicht gleich abgetaucht wäre. Wenn ich irgendwie an ihn rankehne, auf ein paar Worte wenigstens. Wie war das damals mit den anderen Toten? Sag mal, hast du bestimmt keinen Fehler gemacht? Ich meine, er war Ausländer. Da sind bei jedem von uns noch ein paar Vorurteile übrig geblieben. Aversionen, ob man will oder nicht. Petra, du kennst mich doch. Damals jedenfalls. Kannte ich dich noch nicht. Also, Kapu war mit dieser Anjushka verlobt und wollte sie unter allen Umständen heiraten. Na eben, deshalb bringt man für gewöhnlich niemanden um. Ja, aber Kapu war eifersüchtig wie Othello. Alle Zeugen haben es bestätigt. Othello erwirkte Desdemona, so viel ich weiß. Er hat sie nicht erstochen. Ja, jedenfalls benahm er sich wie ein angestochener Stier. Sie durfte kaum allein zum Friseur. Irgendeiner von Kapu's Leuten folgte ihr auf Schritt und tritt selbst zum Fleischer oder in Discountladen. Und offenbar waren Anjushka ein paar Zweifler an ihrem künftigen Glück gekommen. Ach, wollte sie sich denn von ihm trennen? Na, niemand wusste, was wirklich vorgefallen war. Und Kapu's Landsleute hatten bei der Zeugenvernehmung sowieso nur versiegelte Lippen. Aber in der Zeit, kurz vor ihrer Ermordung, gab es einen Intermezzo mit irgendwem. Keiner konnte ihn richtig beschreiben, wie das so immer ist. Ein Nachbar schilderte ihn als mittelgroß und sportlich. Der Portier des Hauses wollte einen stattlichen, eher herrenhaften Typ gesehen haben. Naja. Also klar war nur, dass Anjushka heimlich Besuch empfing, wenn Kapu von seinen vielfältigen Geschäften in Anspruch genommen wurde. Selten genug, zwar da dreimal vermutlich. Aber vielleicht hat es ihm doch jemand gesteckt. Vielleicht ist Kapu auch selber draufgekommen, durch Leichtsinn, irgendein Gegenstand, ein vergessenes Feuerzeug oder so, weil Anjushka ja nicht rauchte. Er muss ihr eine Szene gemacht, dann übler und heftiger als früher. Er schlug sie, ehe er sie umbrachte. Die Leiche wies am ganzen Oberkörper und selbst noch im Nacken und am Hals und zwei deutige Merkmale auf. Na, und die nachgestellte Leiche am Straßenrand, hatte die auch blaue Flecke? Kluges Mädchen. Du, ich habe einfach vergessen, den Kellner danach zu fahren. Hey, hey, Paul Lüff, bist du noch da? Hm, ja, ja, Du, aber ich glaube, mein Teewasser brennt jetzt dann. Grauenhafte Vorstellung. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Hm? Dass ich dich immer noch liebe. Stell dir vor, nach anderthalb Jahren, vielmehr, 17 Monate... Oh, den Meister will ich loben, solange noch mein Stimm erschreit. Oh, den Meister will ich loben. Klote, Otto Heinrich Wilhelm, geboren, 11.8.46, Vater unbekannt, ledig. Ohne Vorstrafen und nach eigener Aussage noch niemals in psychiatrischer Behandlung gewesen. Als er sechs Jahre alt war, heiratete seine Mutter einen Schlossermeister, in dessen Haushalt Klote als unehelich geborener jedoch keine Aufnahme fand. Er kam in ein Heim, suchte Geborgenheit bei verschiedenen Jugendorganisationen und Bünden, begann später eine Gastronomie-Lehre und betrachtete es als einen Lebenstraum, ein eigenes Lokal mit betont deutscher Küche für ein gutbürgerliches... Nein, 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 Mollmann, das bringt uns alles nicht weiter. Nicht dieser Klote ist gemeint. Ich stehe im Visier. Ich. Alles andere ist doch Bauernd, Herr, da ist das Schwierig. Und wenn ich das Blatt einfach zerreiße, Schiff? Mollmann, seit wann machen wir uns denn was vor? Na, jedenfalls habe ich ja noch nichts weitergeleitet. Und dieser Klote war offenbar ganz froh, als er wieder verschwinden konnte. Freiwillig plappert er bestimmt nicht. Hm. Klote vielleicht nicht, aber... aber Kapo. Kapo? Tja. Irgendwie riecht diese Geschichte nach Kapo. Blondine mit Stöckelschon, roter Streckjacke, ein Messer an der Brust. So was kommt nicht alle Tage vor, das behält man. Müsste ich ihn kennen, diesen Kapo? Nein, nein, das war vor ihrer Zeit, Mollmann. Als Kapo seine sechs Jahre aufgebrummt bekam, wäre er fast über die Brüstung gesprungen. Die beiden Wachtmeister und selbst ein Anwalt hatten Mühe, ihn zu bändigen. Er schrie durch den Gerichtssaal, er würde es mir heimzahlen, dass ich ihn unschuldig dahin gebracht hätte und auch natürlich, die sind doch immer unschuldig. Immer sind sie unschuldig, wenn die Rechnung aufgemacht wird. Aber Kapo, ich sie überhaupt nicht beruhige. Der brüllte noch, er schwor Rache, als man ihn rausschaffte und wenn er nur einen einzigen Wunsch im Leben frei hätte, würde er ihn darauf verwenden, mich fertig zu machen. Klingt wie ein Ganovenkürzel. Kaporenkovicianos. Ein kleiner Jugoslave, aber mit großer Ehre. Klein, drahtig, Bärtchen auf der Oberlüppe. Immer geschwiegelt, immer flott in Geschäften. Fast echte russische Ikonen und garantiert falsche Perser-Teppiche im Angebot. Gebrauchtwagen, Schrottkisten, aller Marken und Jahrgänge. Verstehe ich, Chef. Nichts verstellen Sie, Mollmann. Aber lassen Sie mich jetzt allein, ich muss nachdenken. Loh, Chef. Ich hänge mich dann an die Schaufenster-Einbrüche in der Badenweiler Straße. Ja, 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 ja. Helmstelle in genauso einer Strickjacke wie bei der anderen. Und diese andere muss Anjuska sein. Damals in ihrem Appartement auf dem karierten Teppich. Nach sowas lecken sich die Pressefritzen natürlich alle Finger. Und wenn Capo die Fotos an die Zeitung geschickt hat, dann Mahlzeit. Dreimal Paletti, ein mittlerer Ring. Sauber hingekriegt, Chef. Na ja, schon gut, Mollmann. Wollte es nur noch mal wissen, ehe ich mich von dem alten Schießeisen trenne. Ach, so war es doch nicht gemeint. Aber ich habe es so gemeint, Mollmann. Man braucht eine Art von Trost. Nach 20, 22 Jahren braucht einen sauberen Abschluss. Ein Abschluss ist niemals das Ende. Habe ich bei ihm gelernt, als ich die Protokollakte der Sparkassenüberfälle ins Archiv bringen sollte. Sie sagten, das Leben geht immer weiter, ob es uns Spaß macht oder nicht. Und gerade wenn es keinen besonderen Spaß macht, geht es um so hurtige Reitern. Haben Sie eigentlich an den Annoncenteil vom Sonntagskurier gedacht, Mollmann? Liegt auf Ihrem Schreibtisch, Chef. Dankeschön. Ich weiß bloß nicht, was das soll. Haben Sie vor, sich als Warnhausdetektiv zu verdingen? Oder wollen Sie eine Würstchenbude pachten? Oh, Würstchenbude wäre gar nicht schlecht. Dann ist man endgültig raus aus allem Schlamassel. Und Capo und Co. dürfen sich ins Fäustchen lachen. Dürfen Sie, Mollmann. Ab morgen mögen Sie meinetwegen Brüllen vor Gelächtern. Aber doch nur ein kleines Weichen, Chef. Sie wissen selbst, dass ein Disziplinarverfahren wegen solcher Lappalie niemals durchgeht. Na und? Wenn ich wiederkomme? Wieder als Zielscheibe für Capo, der einer staunenden Öffentlichkeit meine mangelhafte berufliche Eignung vielleicht damit demonstriert, dass er als frischesten Kuh irgendeinen Zugehburschen aus seiner Sippschaft Stein und Bein schwören lässt, mich mit der Weltersheimer Straßenleiche schon vor Wochen an den trauten Täter Tät gesehen zu haben und ich deshalb eine Morduntersuchung unter allen Umständen verhindern will? Verrückt, Chef. Ach, Sie steigern sich da in was rein. Das wird doch kein vernünftiger Mensch glauben. Ja und? Capos blufft mit den beiden Fotos. Ja, das ist... Ah. Ja, ist wirklich eine eigenartige Sache. Ich habe vorhin nämlich bei den beiden Zeitungen angerufen. Sie haben was getan, Mollmann? Na ja, nur nebenbei unter Vorwand. Und das Erstaunlichste, die wissen überhaupt noch nichts von Leichenfotos. Bei denen ist nichts angekommen. Capo hat sie offenbar nur uns gesteckt. Aber wozu? Gute Frage. Bestimmt nicht aus Übermut und Langeweile. Ergo wollte uns der Capo auf etwas ganz Bestimmtes hinstoßen. Vielleicht erwartet er, dass wir mit den Fotos etwas machen. Dass sie für irgendetwas benutzen. Das geht's aber mit Ihnen ganz schön durch, Mollmann. Ich kam und kam nicht drauf, Chef. Es war wie bei einem Vexierbild, das man dreht und auf den Kopf stellt, ohne den grinsenden Bösling im Geäst des Linnenbaumes zu erkennen. Und woran liegt das meistens? Man geht mit falschen Erwartungen an das Ratespiel. Die Voraussetzungen stimmen einfach nicht. Und, äh... Fröhle Löw, bist du noch da? Hm, ja, ja. Du, aber ich glaube, mein Teewasser brennt jetzt dann. Grauenhafte Vorstellung. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Hm? Was ich dich immer noch liebe. Stell dir vor, nach anderthalb Jahren, vielmehr, 17 Monaten, drei Wochen... Aber erzählst du etwa mit? Na klar. Diesmal bist du wieder dran. Wir treffen uns bei mir in Heidelberg, ja? Mhm. Freitag um drei an der alten Stelle. Du, ähm, gleich daneben hat inzwischen ein indonesisches Restaurant aufgemotzt. Peter, eigentlich hätte ich jetzt schon Appetit auf Freitag um drei. Kato? Nicht gesehen. Kato in Gefängnis. Sechs Jahre Gefängnis. Ja? Er wurde auf Bewährung entlassen. Wo kann ich ihn treffen? Weiß nicht. Kato nicht hier gewesen. War großer Autohändler. Autokünstler. Konnte machen aus rostigen Autos Blanke. Und aus harmlosen Privatwagen falsche Polizeiautos für Einsatzfahrten und falsche Tatortologen. Rüttung, 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 Rüttung. Ich weiß nichts von falschen Tatorto. Ich weiß nichts von Kato. Basta. Das sagen Sie mir aber trotzdem, ich muss ihn sprechen. Ich bin Halder. Er kennt meinen Namen und er kann mich jederzeit anrufen, auch abends, wenn er hier essen kommt. Ist vielleicht weggereist? Letztes Jahr ist Vater von Kato gestorben. Er hat nur nicht sehen können, das Grab. Bis Sarah hier bei uns zurück wird es wohl nicht ewig da. Er soll sich nur nicht einfallen lassen, noch eine Leichenattrappe zu produzieren. Es gibt Leute, die finden das gar nicht so komisch. Gehen wir. Glauben Sie, dass er darauf anspringt, Chef? Kaum. Trotzdem müssen wir alles versuchen. Ja, Logo. Aber vielleicht denkt er jetzt, sie haben Manschetten gekriegt. Ach, mag er denken, was er will. Wenn er nur nicht noch näher anstellt und sich in wer weiß was reinheitet. Irreführung der Ermittlungsbehörden, Amtsanmaßung, falsche Polizeimarken, vorgetäuschter Polizeieinsatz mit Martinsson und Blaulicht. Tja, und das alles in einer knappen halben Abendstunde. Bei so einem Tempo ist er viel schneller wieder im Knast, als er sich träumen lässt. Mit Gleitschef oder... Was, oder? Naja, nur spucken Sie es aus, Molmann, nicht so zimperlich. Oder liegt Ihnen vor allem daran, den alten Fall Anjuska nicht wieder aufhören zu lassen? Ich meine, war wirklich alles ganz cool. Ach, Molmann, jetzt kommen Sie auch noch damit. Als ob ich es war, der den Kapo verurteilt hat und nicht das Schwurgericht. Schleitern Sie doch mal an den alten Akten. Alle Umstände sprachen gegen Kapo. Die Indizien hätten viel mehr als eine Verurteilung. Bestimmt nicht aus Übermut und Langeweile. Ergo, wollte uns der Kapo auf etwas ganz Bestimmtes hinstoßen. Vielleicht erwartet er, dass wir mit den Fotos etwas machen, was Sie für irgendetwas benutzen. Sonst geht es aber mit Ihnen ganz schön durch, Molmann. Ich kam und kam nicht drauf, Chef. Es war wie beim Vexierbild, das man dreht und auf den Kopf stellt, ohne den grinsenden Bösling im Geäst des Linnenbaumes zu erkennen. Und woran liegt das meistens? Man geht mit falschen Erwartungen an das Ratespiel. Die Voraussetzungen stimmen einfach nicht. Und, äh, welches sind Ihrer Meinung nach die Voraussetzungen? Chef, Sie haben selber mal gesagt, Kapo will Sie fertig machen. Er hat Sie damals im Gerichtssaal zugeschrieben. Ja. Und wir sind davon ausgegangen, wenn er nun inzwischen anderer Meinung ist und es gar nicht mehr auf Ihre Person abgesehen hat, sondern auf den Mörder, den wahren Mörder seiner Anjushka und sie dabei nur als Werkzeug benutzt. Und die praktische Nutzanwendung aus Ihrer Gedankenkür? Zuerst fiel mir absolut nichts ein. Ich brauchte eine Spritze, einen Irish Coffee mit einem doppelten Schuss Whisky zum Beispiel. Und wie der Zufall es wollte, fand ich gerade einen Parkplatz gegenüber dem Café Santiago. Bei Klote? Diesmal hatte er das Revier links von der Getränkeausgabe mit der kleinen Polsternische unter dem Gummibau. Wollte zuerst gar nicht ran, der Klote. Noch als ich ihm die beiden Fotos unter die Nase rieb, kam absolut nichts. Hat nur gezittert oder vielmehr geschlottert auf eine merkwürdige Art. Das lief ihm den Rücken rauf bis zu den Schultern. Und sein Kopf hat dabei gewackelt wie die überreife Tomate. Mollmann, Mensch, Mollmann. Ich glaub, Sie sind ein Genie. Logo, Chef. Na los, worauf warten Sie noch? Aber Klote ist nicht mehr in seinem Café. Der hatte Frühdienst. Sie singen jetzt zur Einweihung der neuen Sporthalle. Brüder zu den festlichen Gesang hat uns neue Freude auf dir vereint. Brüder zu den festlichen Gesang hat uns neue Freude auf dir vereint. Wo die Fäume klingeln, wo die Fäume klingeln, wie in Höhe aber, meine Herren, fürchten Sie denn nicht, sich bis auf die Knochen zu blamieren? Kein Witzchen, Herr Klote. Ja, ich war erschrocken, war entsetzt über die Scheußlichkeit der beiden Bilder. Nein, Herr Klote, Sie erkannten die Leiche von damals wieder. Weil es Ihre Schwester war, Herr Klote. Halbschwester genau genommen. Und Sie, Ihr Mörder. Also, das ist ja nicht zu fassen. Also, das müssen Sie mir erst mal beweisen, meine Herren. Oh, ich denke doch, Sie werden es einfach gestehen, Herr Klote. Wohl übergeschnappt, was? Sie waren vor dreieinhalb Jahren Kellner in Kiel. Und deshalb ist keiner auf Sie gekommen. Getränke Ober im Ostsee-Pavillon vom Mitte April bis Ende September. Und Ihre Mutter, die damals noch lebte, schrieb Ihnen von Annegriffs Absicht, einen Jugoslawen-Kapur zu heiraten. Und das, das soll ein Grund sein. Für Sie schon, Herr Klote. Der Allertriftigste sogar selber waren... Du, aber ich glaube, mein Teewasser brennt jetzt dann. Grauenhafte Vorstellung. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Hm? Dass ich dich immer noch liebe. Stell dir vor, nach anderthalb Jahren, vielmehr, 17 Monaten, drei Wochen... Aber erzählst du das etwa mit? Na klar. Diesmal bist du wieder dran. Wir treffen uns bei mir in Heidelberg, ja? Mhm. Freitag um drei an der Altenstelle. Du, ähm, gleich daneben hat inzwischen ein indonesisches Restaurant aufgemacht. Peter, eigentlich hätte ich jetzt schon Appetit Freitag um drei. Kappo? Nicht gesehen. Kappo im Gefängnis. Sechs Jahre Gefängnis. Ja? Er wurde auf Bewährung entlassen. Wo kann ich ihn treffen? Weiß nicht. Kappo nicht hier gewesen. War großer Autohändler. Auto-Künstler. Könnte machen aus rostige Autos Blanke. Und aus harmlosen Privatwagen falsche Polizeiautos für Einsatzfahrten an falsche Tatorto. Loh. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß nichts von falschen Tatorto. Ich weiß nichts von Kappo. Basta. Da sagen Sie mir aber trotzdem, ich muss ihn sprechen. Ich bin Halder. Er kennt meinen Namen und er kann mich jederzeit anrufen, auch abends, wenn er hier essen kommt. Ist vielleicht weggereist? Letztes Jahr ist Vater von Kappo gestorben. Er hat nur nicht sehen können, das Grab. Bis Sarah hier bei uns zurück wird es wohl nicht ewig daran. Er soll sich nur nicht einfallen lassen, noch eine Leichenertrappe zu produzieren. Es gibt Leute, die finden das gar nicht so komisch. Gehen wir. Glauben Sie, dass er darauf anspringt, Chef? Kaum. Trotzdem müssen wir alles versuchen. Ja, Logo. Aber vielleicht denkt er jetzt, die haben Manschetten gekriegt. Mag er denken, was er will. Wenn er nur nicht noch näher anstellt und sich in Verweis was reinheitet. Irreführung der Ermittlungsbehörden, Amtsanmaßung, falsche Polizeimarken, vorgetäuschter Polizeieinsatz mit Martinson und Blaulicht. Tja, und das alles in einer knappen halben Abendstunde. Bei so einem Tempo ist er viel schneller wieder im Knast, als er sich träumen lässt. Mitgleitschef oder? Was, oder? Na ja, nur spucken Sie es aus, Molmann, nicht so zimperlich. Oder liegt Ihnen vor allem daran, den alten Fall Anjushka nicht wieder aufrühren zu lassen? Ich meine, war wirklich alles ganz cool. Ach, Molmann, jetzt kommen Sie auch noch damit. Als ob ich es war, der den Kapo verurteilt hat und nicht das Spurgericht. Blättern Sie doch mal in den alten Akten. Alle Umstände sprachen gegen Kapo. Die Indizien hätten für mehr als eine Verurteilung ausgereicht. Er war eifersüchtig. Vielmehr besitzgierig in einer Weise. Was wissen Sie von Initialen, Klote? Na, im Prozess kam es doch raus. Ich hab's gelesen. Keine Zeitung erwähnte die Initialen auf dem Messer. Aber ich hab's doch gesehen, mit eigenen Augen gesehen, ein langes, steifes J und ein verschnörkeltes C, wie man es da unten liebt. Ich weiß doch, was für einen Geschmack die haben. Ich hab's dem Gravör genau vorgezeichnet. Klote, da machen Sie keinen Blödsinn, Mann. Klote, wo wollen Sie denn hin? Kommen Sie zurück! Klote! Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. Kommen Sie wieder. Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. Du wusstest es mir gleich sagen. Darf ich deiner perversen Faulheit entnehmen, dass der Fall abgeschlossen ist? Er hat also gestanden. Durchgedreht ist er. Weggelaufen. Ach. Das heißt, er wollte weg. Weil plötzlich der Kapu auftauchte. Entschuldige, Moment. Zwischen Empore und dem Notausgang der neuen Turnhalle stand Kapu wie aus dem Boden gewachsen. Eine kleine, geschniegelte Jugoslave. Mit der roten Strickjacke von seiner Anjuska. Wie eine Rost hier. Wie ein kostbares Geschenk, das er dem Klote darbringen wollte. Die Flecken und das Loch vom Messer nach außen gekehrt. Widerlich, eure Polizeimethoden. Moment, Moment. Diesmal war es Kapus Arraschmur. Kapus Rache, vielleicht. So eine pathetische Geste. Was weiß unser einer schon von dem. Jedenfalls starrte Klote zu ihm rüber, als hätte er einen Gespenst gesehen. Verschluckte sich mitten im Satz, nachgekehrt und sprang die eiserne Notleiter hoch. Er wollte rauf aufs Dach oder gleich in den Himmel oder hatte überhaupt keinen vernünftigen Gedanken mehr. Ach, mein Gott. Und keiner, der ihn zurückhielt? Zu viele. Zu viele, die es versucht haben. Er geriet in Panik und fiel direkt auf die Betonbahn der neuen Arena. Kamen zwei Meter neben. Einen Abfallhaufmalsch aus Styroporverpackungen, den die Bauarbeiter da zusammengekehrt hatten. Gehörte das auch zu Kapus Arrangement? Ja, bestimmt nicht. Kapu machte ja keinen Schritt weiter. Er stand dicht vor der Empore, zufrieden, ließ sich die Strickjacke abnehmen, fotografieren von allen Seiten, brauchte eine lange Zigarette aus einer langen silbernen Spitze und gab bereitwillig Auskunft. So, wehen Champion. Feiner Champion. Meister manipulieren der öffentlichen Meinung mit falschen Leichen, falschen Polizeimarkten. Du, überleg doch mal, Petra. Wer hat denn eine Dienstmarke bei Kapu gesehen? Wer die Leiche? Na, Klote. Tja, und Klote ist tot.